Die ganze Kolonie kam auf die Beine. Angesichts ihrer Bekannten brach Lene in erneutes Klagen aus. Man beförderte den Kranken mühsam die schmale Stiege hinauf in seine Wohnung und brachte ihn sogleich zu Bett. Die Arbeiter kehrten sogleich um, um Tobiaschens Leiche nachzuholen. Alte, erfahrene Leute hatten kalte Umschläge angeraten, und Lene befolgte ihre Weisung mit Eifer und Umsicht. Sie legte Handtücher in eiskaltes Brunnenwasser und erneuerte sie, sobald die brennende Stirn des Bewusstlosen sie durchhitzt hatte. Ängstlich beobachtete sie die Atemzüge des Kranken, welche ihr mit jeder Minute regelmäßiger zu werden schienen. Die Aufregungen des Tages hatten sie jedoch stark mitgenommen, und sie beschloss ein wenig zu schlafen, fand aber keine Ruhe. Gleich viel, ob sie die Augen öffnete oder schloss, unaufhörlich zogen die Ereignisse der Vergangenheit daran vorüber. Das Kleine schlief. Sie hatte sich entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit wenig darum bekümmert. Sie war überhaupt eine andere geworden. Nirgend, eine Spur des früheren Trotzes. Ja, dieser kranke Mann, mit dem farblosen, schweißglänzenden Gesicht, regierte sie im Schlaf. Eine Wolke verdeckte die Mondkugel. Es wurde finster im Zimmer, und Lene hörte nur noch das schwere, aber gleichmäßige Atemholen ihres Mannes. Sie überlegte, ob sie Licht machen sollte. Es wurde ihr unheimlich im Dunkeln. Als sie aufstehen wollte, lag es ihr Bleiern in allen Gliedern. Die Lieder fielen ihr zu. Sie entschlief. Nach Verlauf von einigen Stunden, als die Männer mit der Kindesleiche zurückkehrten, fanden sie die Haustüre weit offen. Verwundert über diesen Umstand stiegen sie die Treppe hinauf, in die obere Wohnung, deren Tür ebenfalls weit geöffnet war. Man rief mehrmals den Namen der Frau, ohne eine Antwort zu erhalten. Endlich strich man ein Schwefelholz an der Wand, und der aufzuckende Lichtschein enthüllte eine grauenvolle Verwüstung. Mord! Mord! Lene lag in ihrem Blut, das Gesicht unkenntlich, mit zerschlagener Hirnschale. Er hat seine Frau ermordet! Er hat seine Frau ermordet! Kopflos lief man umher. Die Nachbarn kamen, einer stieß an die Wiege. Heiliger Himmel! Und er fuhr zurück, bleich, mit entsetzend starrem Blick. Da lag das Kind, mit durchschnittenem Halse. Der Wärter war verschwunden. Die Nachforschungen, welche man noch in derselben Nacht anstellte, blieben erfolglos. Den Morgen darauf fand ihn der diensttunde Wärter zwischen den Bahngeleisen und an der Stelle sitzend, wo Tobiaschen überfahren worden war. Er hielt das braune Pudelmützchen im Arm und liebkoste es ununterbrochen wie etwas, das Leben hat. Der Wärter richtete einige Fragen an ihn, bekam jedoch keine Antwort und bemerkte bald, dass er es mit einem Irrsinnigen zu tun habe. Der Wärter am Block, davon in Kenntnis gesetzt, erbat telegrafische Hilfe. Nun versuchten mehrere Männer, ihn durch gutes Zureden von den Gleisen fortzulocken, jedoch vergebens. Der Schnellzug, der um diese Zeit passierte, musste anhalten und erst der Übermacht seines Personales gelang es, den Kranken, der als bald furchtbar zu toben begann, mit Gewalt von der Strecke zu entfernen. Man musste ihm Hände und Füße binden und der inzwischen requirierte Gendarm überwachte seinen Transport nach dem Berliner Untersuchungsgefängnisse, von wo aus er jedoch schon am ersten Tage nach der Irrenabteilung der Charité überführt wurde. Noch bei der Einlieferung hielt er das braune Mützchen in Händen und bewachte es mit eifersüchtiger Sorgfalt und Zärtlichkeit.